Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Skandal! Apple-finanzierte Verschwörungs-Romcom mit Product Placements, die zum Mond stinken. Der Tele-Stammtisch beschert allen, die noch nicht vom Kinostart von To The Moon vom Regisseur Greg Berlanti, übrigens bekannt für Love-Simon, in den Hauptrollen mit Scarlett Johansson und Shank Tatum am 11.07. in den deutschen Kinos gehört haben, eine Wake-Up-Call in Form dieses Podcastes. Weil ich natürlich ein kleiner Schisser bin und mich nie allein ins All trauen würde, ich bin übrigens Zero, darum habe ich mir eine erfahrene Welträumpilotin mit an Bord geholt. Sie hat mehr Aufenthalte jenseits der Erde als Eldon Ripley und Buzz Lightyear gemeinsam. Sie ist zudem auch noch weit, weit gereist und ist deutlich eloquenter als ich und Yoda. Willkommen Melanie! Hello! Und die zweite Person ist nicht nur allwissend, überall beliebt und die All-Zweckwaffe des Tele-Stammtischs, nein, sie ist auch mit allem filmischen Wassern gewaschen. Bei Schocker mit Schlocker taucht sie in die todesmutigen Tiefen des Hungergenres und ansonsten ist sie für Außerirdische der lebende Beweis, dass es vielleicht doch intelligentes Leben auf der Erde gibt. Moin Schleuer! Nach Hause telefonieren! Hallo! Hi! Ich freue mich, dass ihr beide jetzt hier seid und ich bin ganz ehrlich, ich bin gespannt auf eure Meinung zu To The Moon. Im Englischen klingt es deutlich besser mit Fly Me To The Moon. Wir starten noch gleich mit der Zusammenfassung. Die hat uns heute Melanie vorbereitet. Leg doch mal los! Gern. Das Marketing-Genie Kelly Jones wird engagiert, um das öffentliche Bild der NASA aufzupeppen und die Menschen für das bevorstehende große Ereignis der Mondlandung zu begeistern. Startdirektor der Apollo 11 Cole Davis ist jedoch alles andere als begeistert von Kellys Trubel an seinem Arbeitsplatz. Obwohl er widerwillig eine Anziehung zu der scharfsinnigen Frau verspürt. Doch kurz bevor die Mission startet, möchte das Weiße Haus auf Nummer sicher gehen und beauftragt Kelly damit, eine gefakte Mondlandung für den Notfall zu simulieren. So, Dankeschön, schon mal. Ja, das haben wir jetzt als Film bekommen. Wir haben den ja alle schon schön in der PV sehen können, der jetzt am Donnerstag startet. Und ich bin mir da immer noch nicht, selbst bis heute vom Podcast, bin der Vorwahl nicht sicher, was ich davon alles komplett halten soll. Ich tue mich da wirklich ein bisschen schwer, aber der Film hat ja auch ein ordentliches Budget. Also Apple hat sich den eingekauft für 100 Millionen US-Dollar. Und da ist eigentlich meine Einstiegsfrage, also ist das zu teuer für eine Rom-Com? Da können wir ja gleich drüber diskutieren, ob der Film denn jetzt als reinrassige Rom-Com gesehen werden kann von uns, weil ich das nämlich anzweifle. Ich fand nämlich, dass der ganz viele Genres vermischt hat und wenn er da noch andere mit reinbringt, ist es okay. Ob jetzt dieser Film im Speziellen so viel hätte kosten dürfen, da kann man jetzt, da kann man auch nochmal kritisieren. Aber ich habe ja schon im Vorhinein gesagt, ich werde auf jeden Fall kritisieren und das hebe ich mir jetzt noch auf. Was sagst du denn, Melli? Was sagst du, kann ein Film so viel kosten, eine Rom-Com? Also ja, du hast es ja gerade gesagt, das ist ja irgendwie eben nicht die klassische Rom-Com. Also das ganze Setting, da verstehe ich, warum es viel kostet. Aber ja, es ist hart, sagen wir mal so, das Budget. Was hätte ich denn mit 100 Millionen gemacht? Ich hätte mir mindestens, vielleicht hätte ich mir einfach 15 Millionen Brezeln, Butterbrezeln gekauft. Krass. Oder so. Teuer? Was sind die nicht zwei Euro mittlerweile? Ja, also ganz einfach, ich hätte den ganzen Bums hier gekauft als Podcast. Oha, du hättest den Podcast, ich kaufe den Podcast. Also den Tele-Stammtisch, dann alle anderen großen Film-Podcasts, natürlich hätte ich auch mit einem auch gekauft. Und dann wären wir ja so oder so immer Nummer eins. Ah, aber müssen dann auch alle, die du zusammengekauft hättest, dann zusammen, müssen dann alle sprechen auch. Alle auf einmal. Das wäre dann wahrscheinlich so in etwa zu koordinieren, wie diese Mondlandung zu organisieren. Vielleicht sogar noch viel, viel schlechter. Aber du kamst ja gerade schon dazu, da sind ja viele Genres, die in einem Film zusammenspielen. Also ich bin ehrlich, für mich war der Hauptteil dann doch schon so eine, ja, Workplace-Romcom, würde ich es jetzt mal nennen. Aber ihr seid ja beide ein bisschen anderer Meinung. Ich bin ja mal gespannt. Melanie, hau mal raus. Welches Genre würdest du dem Film ankleifeln? Also, ja, Romcom, Drama, ja, so ein bisschen so ein Thriller. Also nicht wirklich. Also es ist schwierig. Und das ist eigentlich auch mit einer meiner Hauptkritikpunkte an diesem Film. Ja, also ich sehe auch Romcom und dann auch noch dazu Komödie, weil er hat irgendwie so komische Atmosphäre manchmal gehabt, die so eine ganz alberne Art von Humor draufgelegt hat, die gar nicht realistisch war. Also, dass da zum Beispiel einfach Teile eines Gebäudes brennen und da wird gesagt, ja, das ist normal, das brennt andauernd. Und dass die, wie heißt sie denn, die Kelly Jones wird ja gespielt von Scarlett Johansson und die darf ja auf dem NASA-Gelände auch einfach überall reinlaufen. Also es wird dann halt so als, haha, lustig, die darf da jetzt einfach rein. Und das hat mir so gezeigt, das ist so eine andere Art von Realität. Das war ja offensichtlich nicht real. Und dann kam gleichzeitig aber, wie du, Merli, gesagt hast, das Genre Drama mit rein. Und auch dieses, dass es eben eine reale Begebenheit behandelt. Natürlich nicht die Fake-Drehung, den Fake-Videodreh, sondern eben die echte Mondlandung. Und es waren durchaus sehr ernstzunehmende Bilder, die man da gesehen hat, die auch visuell teilweise richtig geil aussahen. Und das hat für mich dann atmosphärisch manchmal überhaupt nicht zusammengepasst, weil ich dann nicht gecheckt habe, wie soll ich den Film denn jetzt finden? Ist der albern? Ist der bescheuert? Oder will der, dass ich ihn ernst nehme? Und das hat mich manchmal verwirrt. Und deswegen die zwei Genres oder drei, Rom-Com, Komödie und Drama wären für mich das Hauptproblem. Und vielleicht auch Hauptproblem. Und der hat auch irgendwie so eine emotionale Schwere dann. Also nicht Schwere, aber der behandelt ja wirklich ein für die Amerikaner, sage ich mal, emotionales Thema. Und da schwingt auch immer dann dieser Patriotismus mit. Und das ist ja wirklich komplett neben, also diese Emotion und der Patriotismus ist wirklich nochmal so eine Nebenkomponente, neben der eigentlichen Romance und bringt damit dann irgendwie auch nochmal so was Emotionales rein. Ja, aber nicht nur dieses Schwere der Amerikaner, sondern der bringt auch durch die Thematik mit diesem Fake-Video-Dreh, macht der ja auch Riesenfässer auf, die eigentlich total wichtig sind und auch eben schwer, wie du gesagt hast. Und die passen dann thematisch für mich nicht zu dieser Leichte, die er durch diese Slapstick-übertriebene Komödien-Aura mit sich schleppt. Also dass er da zum Beispiel sagt, es gibt ja eine Szene, die müssen ja Senatoren überzeugen, Geld zu geben. Und der eine Senator sagt dann, ja, eigentlich wollte ich unser Budget dafür ausgeben, um unsere Flutopfer zu retten. Und dann ist aber der Gag in der Szene, dass sie sagt, nee, komm, gib das doch für uns auf, indem sie ihn eben so social hackt und immer die Akzente von den Senatoren annimmt, um sie so ein bisschen zu überzeugen und zu belügen dann im Endeffekt auch. Ja, es ist irgendwie ein bisschen schon, es geht in fast so eine derbe Richtung, keine Ahnung, ne? Ja, also ich finde... Was meinst du mit derbe? Ja, nicht derbe, aber wie beschreibt man das irgendwie so, nicht schwarzhumorig? Irgendwie so, nee, eben von wegen, ja, es ist jetzt, die Mondlandung ist so viel wichtiger als jetzt so ein paar Leute, die da jetzt überfluten, so, ne? Die da jetzt sterben wegen der Flut. Das ist irgendwie so was, mir fehlt das Adjektiv, um das zu beschreiben, so gut, aber es ist irgendwie... Ja, schwarzhumorig ist vielleicht wichtig. Ja, so schwarzhumorig, ne? Aber ich stimme dir auf jeden Fall mit dem Punkt zu. Also das ist wirklich auch mein großes Problem mit diesem Film, dass der einfach so, dass er in seinen Genres irgendwie so weit auseinander ist. Und für mich ist dann irgendwie das Problem, man weiß irgendwie nicht, was er sein will und er ist irgendwie... Der ist zwei verschiedene Filme in einem. Ja, so hab ich's auch gesehen. Aber Zero, du klangst, als würdest du das ganz anders sehen, oder was hättest du davon? Also, ich sehe das, was ihr gerade erzählt habt, auch, ne? Es gibt diese Drama-Parts, die für mich auch komplett artonal sind im ganzen Film. Die passen für mich nicht so richtig rein. Weil ich, ähm, gerade am Anfang, hat das so ein richtig schön beschwingtes Ding, es geht ein bisschen gut durch, ist sehr humorvoll. Hat mich so wirklich sehr an, also ich wirklich diese Workplace-Comedys erinnere, die es letzte Zeit dann auch oft gab, so wie Frosted auf Netflix und sowas in die Richtung. Oder Painkillers, ne? Und da dachte ich, ja, okay, es kann gut werden. Dann kam der Rom-Com-Aspekt, ist immer für mich noch immer ein lustiger Genre. Und ja, dann kamen diese Dramasachen und, um was mal zu unterfüttern, halt, Channing Tatum spielt ja Cole Davis. Und die Hintergrundgeschichte ist ja, also basiert auf einem echten Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg, der dann zur NASA kam, dieses Programm. Und dann als Astronaut da dabei war, zwar auch nicht ins Weltall getroffen. Ach, das ist eine wahre Geschichte? Das ist die wahre Geschichte, also der basiert, der basiert auf der Figur. Der Typ heißt dann Deke, nein, Deke Slayton und der war dann aber auch nur beim Bodenpersonal, weil er halt so ein Vorhofflimmern hat. Oh, krass. Und konnte dann deswegen natürlich nicht ins All fliegen. Das sehe ich auch, dazu hast du natürlich dann nochmal richtig, wo ich sagen muss, starke Bilder mit dem Start der Rakete, die auch original aufgenommen sind. Da gab es einen echten Start, der gerade dann Kate Canaveral war. Den haben sie aufgenommen mit der Second Unit, auch so mit 4K-Kameras und der ist dann original. Und das vermischt das alles so ein bisschen, wo ich denke, ey, komm, ihr hättet da auch übertreiben können. Dann hätte man gemerkt, das ist einfach nur humorvoll. Und ja, ich glaube, das liegt dann aber am Regisseur, weil anfangs sollte es Jason Bateman machen und ich glaube, dann wäre es deutlicher, dass es halt eine Komödie ist. Also ich glaube, der hätte das nicht so ernst gedreht. Und auch Woody Harrelson hat ja auch eine starke Nebenrolle als Mo Burkus, der halt für den Präsidenten arbeitet und das ja so ein bisschen mit anleiern soll. Also sie rekrutiert sozusagen, dass sie da groß Werbung für die NASA aufreißt. Und die Rolle ist auch, meiner Meinung nach, zu ernst angesetzt. Also da denke ich mir auch mal, was ist denn jetzt ernst oder nicht? Und die ganzen Drama-Parts hätten für mich alle ruhig rausgelassen werden können. Alles andere fand ich sehr unterhaltsam, bis auf, ja, wenn wir es in den Parts aufteilen, der Rom-Com-Part, den hätte man mir auch weglassen können. Weil ich persönlich empfand die Chemie zwischen Johansson und Tatum halt nicht als so stark wie halt bei anderen Leuten. Zum Vergleich könnte man ja jetzt im Moment auch Hitman gucken oder Killer Romance auf Deutsch. Da finde ich die Chemie der Hauptdarsteller deutlich besser. Oder ist das nur mir so gegangen? Wie sah es bei euch aus mit der Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern? Ganz kurz, du meinst, du würdest den Drama-Aspekt und den Rom-Com-Aspekt weglassen. Was wäre dann übrig geblieben für dich? Dann wäre diese Workplace-Comedy, dass du halt nur die Person hast, sie, die kann ja da mit ihm rumflirten, das ist ja alles kein Ding. Aber dass man dann halt so ein großes Ding draus macht, da hätte ich gedacht, oh nee, komm, lass weg. Weil da hat sich für mich keinen Witz draus gemacht und weil ich die Chemie von den beiden nicht gut fand. Oder nicht so gut wie deutlich bessere Filme, die auch im Moment halt laufen, hat das für mich dann nichts gemacht. Nee, du hast das, ich wusste, ich hätte das Wort von Workplace-Comedy oder jetzt nicht gewusst. Aber das ist genau das, was ich auch, so habe ich es auch gesehen. Zu deiner Frage mit der Chemie. Ja, ich fand, die zwei haben für mich keine Chemie gehabt, weil die so komplett gegensätzliche Rollen hatten, die sich auch in diesen verschiedenen Genres so niedersetzen. Also du hattest erst mal Scarlett Johansson, die so eine, eben für diesen Komödien-Teil steht, der ja auch teilweise echt übertrieben ist. Und du hattest Channing Tatum, den ich eigentlich mag. Es gibt viele gute Filme mit dem, es gibt auch schlechte Filme mit dem, aber der spielt hier so weird, one note trocken. Ich habe den gar nicht greifen können und deswegen fand ich auch wie du, dass da keine Chemie war. Und aber auch wie du dachte ich, okay, den Rom-Com-Aspekt könnte man direkt weglassen, vielleicht auch noch Drama. Und so wie du es jetzt gerade zusammengefasst hast, so würde ich das auch unterschreiben, dass man diesen Workplace-Part eben, das wäre die Essenz des Films gewesen. So, ich komme jetzt mal mit was anderem um die Ecke. Ich fand es okay. Wo ich jetzt mal eine Lanze für den brechen will. Also ja, es war so ein bisschen, er hat sie das erste Mal gesehen und war so ein bisschen hin und weg von ihr. Aber dann fand ich das eigentlich sehr schön, dass es erst mal so war, dass er sie nicht mochte, wo er sie dann gesehen hat auf der Arbeit und ihm auch ihre Art nicht gefallen hat und sowas. Und ich mochte es eigentlich, dass der Film dann so ein bisschen doch schon sehr viel Zeit gelassen hat, dass da wirklich eine Beziehung entstehen kann. Also es war jetzt nicht zu sehr gerusht und man merkt auch, es ist wirklich eine Zeit vergangen. Und er hat dann irgendwie auch mal wieder so ein paar Aspekte an ihr zu schätzen gelernt. Und das mochte ich. Da breche ich mal eine Lanze für den. Das fand ich ganz gut gemacht. Ist das jetzt die krasseste Chemie ever? Nee. Ja, das war schon gut. Aber das war für mich auch, das ist doch oft in solchen Komödien so. Deswegen habe ich das gar nicht als herausragend wahrgenommen. Aber da kann ich auch durchaus anmerken, dass nur weil viele Filme es machen, kann man es ja dem einen nicht vorwerfen. Deswegen nehme ich das zurück, was ich gerade gesagt habe. Definitiv nicht. Ich habe ein bisschen rumgeluschert. Es gibt schon ein paar amerikanische Kritiken. Und da war ganz oft halt das Thema, dass halt bei denen, was mir auch nicht aufgefallen ist, weil mir das komplett egal wäre, da wahrscheinlich ich noch eher darauf anspringe, dass die Beziehung zwischen den beiden ja nur vom Äußerlichen arbeitet. Und wenn ich darüber nachdenke, ja, stimmt schon. Weil so wirklich kennenlernen haben sie ja nicht großartig. Also es ist nicht so, was hast du denn früher gemacht? Weil im Sinne des Films, wollen wir es jetzt nicht verraten, sie erzählt ihm ja auch nicht so viel aus ihrer Vergangenheit. Aber so auch er wirklich öffnet sich außer dann an einer Stelle auch nicht großartig. Und die große Liebe ist dann auch nur vom Optischen. Da passen sie auch zusammen, gebe ich denen. Aber das ist dann das Problem, wo ich dann sage, vielleicht fehlt mir auch deswegen dann so die Chemie, weil da nicht mehr war, außer die körperliche Anziehung. Die beiden sind hübschen Menschen, kommen sie mal ehrlich, aber das war es dann auch. Das war es dann für mich dann leider auch. Ich habe das gleiche Argument wie vorhin, aber das gehört doch zu einer Rom-Com auch oft dazu, dass zwei einfach so sich verlieben, ohne dass wir irgendwie irgendwas Deepes mitbekommen. Ja, meistens kriegst du ja noch ein bisschen Fleisch dran, dass man wirklich, die hatten vielleicht Interessen füreinander, das ist gut eigentlich, dass sie Interessen aneinander haben, die mehr als über das Körperliche hinausgehen. Das hast du ja einen guten Rom-Com meistens ja auch noch, dass man merkt, ah, die passen ja schon zusammen, weil die haben den gleichen Humor meinetwegen. Und das, was bei denen noch hinzukommt, natürlich foppen die sich in der Arbeit immer dann gegenseitig, wenn sie da zusammen sind, die wollen sich immer übertreffen, wer besser ist. Das ist ein Punkt, wo ich sage, ja, aber da hätte es mir auch gereicht, wenn die einfach nur Kollegen gewesen wären. Ja, es passiert in dem Film halt so stereotypisch, also dieses richtige Kennenlernen, passiert ja wirklich nur in einer Szene, muss man ja auch sagen. Also das ist so eine Szene, wo die dann so zusammensitzen und irgendwie so in den Himmel gucken und dann wird da so ein bisschen ausgepackt über die Vergangenheit. Aber da ist ja irgendwie auch schon der Zug abgefahren, da war ja schon klar, dass da viel mehr dahinter steckt. Da ist viel Wind um nichts gemacht worden, aber ich will dem Film das nur ein bisschen vorwerfen. Was ich ihm viel mehr vorwerfe, habe ich ja schon am Anfang gesagt in dem Code Opener. Was mir aber auch erst später aufgefallen ist, da ist wirklich verdammt cleveres, könnte man auch sagen, und verdammt viel Product Placement von Produkten, die es sogar heute noch gibt. Weil es ist ja eigentlich so ein Period Piece von damals und die ganzen Produkte gibt es ja heute noch. Also ich sage mal, Apple hat einen guten Schnitt gemacht, alleine dadurch, dass sie die Produkte da beworben haben. Da haben sie bestimmt den einen oder anderen Dollar schon einkassiert. Zum Beispiel Rolex, ne? So was meinst du dann? Rolex, Coca-Cola kommt ganz oft vor. Dann alle Müsli-Riegel oder Müsli, wie heißt das hier, Fruit Loops-Zeug und sowas kommt ja auch vor. Es sind drei, vier andere Marken noch, die auch ganz stark genannt werden, weil sie soll ja Werbung machen für die NASA und holt dann so Werbepartner. Da denke ich mir auch so, oh Leute, euer Ernst? Die Automarken werden ganz klar richtig hervorgehoben. Stimmt, ja. Ja, ich glaube, da hat Apple clever gewirtschaftet, weil damit machen die ja auch nochmal Geld. Voll schlau einfach. Einfach so ein Marketingfilm und dann extra die Produkte zeigen. Du musst die 100 Millionen ja wieder reinkriegen. Das stimmt. Ja, aber muss sowas dann halt ins Kino? Weil sonst beschweren wir uns immer, wenn irgendein Film zu oft was zeigt. Ich sag nur, alle deuten Komödie in Mittelschweiger. Jedes Mal, oh Gott, hier ist schon wieder Product Placement. Jetzt machen sie wieder Merkungen für Meckes. Ja, ist kacke und plump. Die machen es halt clever, aber auch genau in die Fresse, wo ich mir dann wirklich im Nachhinein erst so, das ist mir heute Mittag so aufgefallen. Ich so, Gott, da ist ja wirklich viel Product Placement am Start. Muss das in so einen großen Volleyball-Film rein? Seht das auf dem Klo? Also, Moment. Ich wollte gerade sagen, scheiße, das stimmt, aber es stimmt vor halb. Ich war in der Badewanne dann. Ja, aber du hast schon recht, es ist mir auch nicht so krass negativ aufgefallen, weil es eben ein Film über Marketing und Werbung ist. Klar, es ist smart untergebracht und nicht so wie jetzt hier Chantal im Märchenland, wo sie einfach sich ein riesiges Pic-Mac-Menü bestellt oder sich dieses Handy wünscht. Und dann siehst du erst mal diese Specs von diesem Handy und denkst kurz her, gucke ich einen Werbefilm an. Also da war es ja ultra schlecht und dreist reingemacht. Und hier hat es wenigstens, wie du auch schon gesagt hast, dann doch irgendwie zum Thema des Films gepasst, zumindest von Scarlett Johansons Rolle. Es ist mir gar nicht dann so negativ aufgefallen. Aber klar, ja, echt smart von Apple dann. War es eigentlich jemand, das wollte ich eigentlich noch die ganze Zeit halt googeln und herausfinden, ob diese Kelly Jones, und ob es die wirklich gab? Boah, habe ich auch nichts gefunden. Ich schätze mal. Also zumindest... Ich schätze und hoffe, nein. Zumindest, dass es eine Marketing-Frau gab bei der NASA, die so ein bisschen, also die NASA so besser darstellt oder so ein bisschen in das Gedächtnis mehr bringen soll. Aber dann wäre es ja eine wahre Geschichte. Dann hätte man ja wirklich schreiben können, basierend auf einer wahren Geschichte. Wobei, hier kommen wir ja zu einem großen, eines der großen Fässer dieses Films. Du musst ja verhindern, dass irgendeine Allgemeinheit oder irgendwelche dummen Menschen, sorry, das war jetzt etwas hart, denken, okay, das hier ist der Beweis, dass es wirklich einen Fake-Mohn-Landungs-Dreh gab. Und das weiß ich nicht, ob das so klug ist, jetzt hole ich hier eben von ganz außen aus, so ein Thema dann in einem Film darzustellen und das eben nicht irgendwie kritisch zu besprechen dann, weil sie besprechen es ja mit so einem Zwinkern die ganze Zeit. Haha, lol. Also, dass sie dann eben auch, ich glaube, sie sagt, in Scarlett Johansons Rolle sagt am Ende sowas wie, die Wahrheit ist die Wahrheit, auch wenn sie keiner glaubt. Und eine Lüge ist eine Lüge, auch wenn die ganze Welt sie für wahrnimmt. Und das fand ich, da war ich echt, da dachte ich, okay, das ist mir jetzt nicht kritisch genug. Das ist jetzt so, ja, ist halt so, können wir jetzt auch nichts machen. Und das finde ich, wenn du dieses Thema aufmachst, einfach nicht genug. Ich glaube, bei den, also bei den entsprechenden Menschen, ne, wird der falsch ankommen. Weil ich finde auch irgendwie, ich dachte das halt auch so, also der, ja, der, ich weiß nicht, vielleicht wäre es dann zu plump gewesen, aber irgendwie hätte man es auf jeden Fall noch besser einbauen können. Und ich finde es halt so schwierig, weil der Film halt, der mischt so viel, weil du meintest ja auch gerade, es waren ja echte Aufnahmen, die genutzt wurden, ne. Und er mischt dann halt so viel, irgendwie fast schon Dokumentarisches da mit diesem Thema, wo man halt wieder denkt, okay, das ist wahr und das ist jetzt wieder nicht wahr. Und, ne, wenn man jetzt halt Bescheid weiß, dann weiß man natürlich, was jetzt was ist. Aber ich glaube bei so, ich, ja, ich glaube bei manchen Leuten wird da irgendwie vielleicht dann doch so eine Kerbe schlagen. Ich wollte nicht sagen, dass die Grundidee nicht witzig ist, also dass du eben mit dieser Verschwörungstheorie spielst und dann eben sagst, ja, sie war wahr, aber irgendwie. Genau, die Grundidee, da will ich gar nicht kritisieren. Ich mochte auch am Ende, was dann da für eine Problematik rauskommt und wie sie das dann drehen und auch was dann mit dieser Katze passiert, das fand ich von der Grundidee auch ziemlich witzig. Aber es hat irgendwie, weil dieser Film, wie du schon sagst, Melli, so ganz viele andere Sachen noch mitbringt, hat es das irgendwie so, so verwässert und irgendwie so unkommentiert dastehen. Verwässert finde ich ein gutes Wort dafür. Und ich würde da einfach meine leider schon verstorbene Großmutter zitieren. Dumm bleibt dumm, da hilft auch keine Medizin. Also wer sich das anguckt und das für hundertprozentbare Münzen nimmt, ja, ich weiß, es gibt da Leute, die das bestimmt so machen, aber die, nee, ganz ehrlich, da fällt mir nichts nettes an, was ich jetzt hier im Podcast sagen könnte. Das ist einfach, ey, den kann man auch nicht helfen. Aber ja, der Film lässt dazu voll offen und nicht nur der Start, auch am Anfang sieht man so ein paar Szenen aus der Zeit. Die sind ja auch Originalaufnahmen, ne, von Kennedy und das ganzen Zeitraffert-Sachen. Ja, er kriegt ja diese Kurve nicht richtig und das ist halt wirklich das Problem. Aber jetzt halt noch so ein Zwischending. Kann sein, dass 2024 dieses Jahr das Katzenkino ja überhaupt ist. Was ist noch Katze? Also, also ich, da kommt eine Katze vor. Wo war denn das? Also es gibt zig Filme, die mir gerade nicht einfallen. Ich überlege gerade auch. Aber es waren schon zwei, drei Kinofilme, weil das hatte ich mit anderen Kollegen gerade auch im Kino. Quiet Place 2. Quiet Place, das war es nicht. Nicht zwei, One Day. Da kommt eine Katze vor. Day One. Da kommt eine Katze vor. Also ich würde nicht wundern, dass Ende des Jahres vielleicht noch ein neuer Catwoman-Film kommt oder so. Aber ohne Scheiß, das ist schon ein bisschen auffällig. Also Hundeliebhaber sind die in Hollywood nicht mehr so ganz. Also da bin ich so mal. Ja, doch hier in Kinds of Kindness, da haben Hunde eher eine größere Rolle. Okay. Obwohl noch eine Katze vorkommt. Siehst du, schon wieder eine Katze. Immer diese Katzen. Ja. Aber wie er schon angesprochen hat, hier mit Kelly Jones, ob das eine wahre Figur ist oder so. Also ich schätze mal, würde es da keine PR-Frau gegeben haben. Gerade zu der Zeit. Ja, dachte ich auch die ganze Zeit. Der PR-Mann. Der PR-Mann. Und jetzt habe ich mir ein Ding rausgeschrieben, wo ich mir dachte, okay, aber ist es in Period Pieces, also in Filmen, die in einer genauen Zeitspanne spielen, sollten die da mehr auf die Repräsentation von anderen Ethien achten? Jetzt kommen wir zu ganz harten Themen. Oh Gott, ich merke. Ich dachte schon. Weil ich nämlich mir vorstellen kann, ich glaube, die NASA war doch schon ein sehr weißer Verein von alten Männern oder jungen Männern, lass es mal sein. Ich glaube da nicht, weil ein Darsteller, der vorkommt, der auch eine relativ große Nebenrolle hat, ist halt kein Käsebrot. Und da habe ich mir gedacht, ja, mich nimmt das nicht raus. Aber ist das bei Period Pieces, ist das störend für euch oder ist das dann relativ egal? Wie meinst du, wie bei Britterton oder solchen Sachen? Britterton, ja, so hast du halt zwar gar nicht gedacht, aber so, ja, die Richtung, ja, es sind ja Period Pieces. Das war bei Britterton auch immer so ein Thema. Das weiß ich nicht. Ich finde, es ist eine interessante Diskussion, weil willst du es so darstellen, wie es damals war, was ja dann durchaus auch eben eine Aussage mit sich bringt? Oder willst du es eben moderner darstellen? Ich glaube, dass die meisten Period Pieces, die eben den Anspruch haben, dass sie eben die echte Zeit damals darstellen, doch nicht mehr Ethnien und Geschlechter reinbringen würden, oder? Das ist eher, wenn es nicht auf einer wahren Geschichte basiert, dass man das dann macht und dann ist es okay für mich, glaube ich. Also ich habe halt jemanden immer öfter bei mir zu Hause, der ist nicht so tief in so Filmgenres so drin und den habe ich halt die Fragen auch ein bisschen vorgelesen. Er so, ja, okay, nö, wahrscheinlich nicht. Und ich so, ja, zum Beispiel dieses große Thema, was vor Jahren war mit Ariel. Ich so, da ist mir doch scheißegal. Das ist eine fiktive Figur, das ist eine fiktive Geschichte. das ist Fantasy. Da könnten sie einen Alien hinstellen, das ist doch, das ist gar keine diskussionswürdige Diskussion. Also das ist egal. Aber bei so Period Pieces, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst einen Martin-Luther-King-Film, würdest du da ja auch keinen Italiener hinstellen, weil das eher doof ist. Das ist so bei historischen Figuren. Und ich finde auch, das ist ein Problem. Ja, also du machst halt eine Komödie, aber das ist halt wieder, da kommen wir wieder auf das Grundproblem von diesem Film, will er jetzt das in echt darstellen und hat einen Realismusanspruch und dieses Drama oder ist es eben diese Komödie, die er dann machen darf, was sie will und eben auch Martin-Luther-King dann als Italiener hinstellen könnte. Das stimmt. Und da weiß der Film eben einfach nicht so ganz oder zumindest ich als Zuschauer habe das Gefühl, dass ich nicht ganz weiß, was ich jetzt eigentlich sehe. Ja, das ist ja das Ding. Als Komödie finde ich es sogar teilweise sogar noch besser, weil dann wird es ja noch überhöht. Weil die meisten wissen, die es ist, kennen die historischen Figuren, um die es geht, hoffentlich mal, über welchen Film dann und da passt es super. Und aber bei dem Film haben wir ja alle auf die gerade dieses Problem, wir wissen nicht, will er jetzt akkurat sein, will er Drama sein, will er historisch korrekt oder will er halt wirklich nur eine Comedy sein. Und da ist bei dem Film, wie gesagt, die Frage kam nicht nur von mir, die hatte ich halt auch in so ein paar Kritik gelesen. Und da dachte ich mir, in den USA ist das wohl deutlich mehr Thema als bei uns. Ich dachte mir so, also war jetzt nicht störend, weil der Charakter passt rein, aber im drüber nachdenken, ja okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann zu der Zeit so gewesen wäre, also bei der NASA. Also ich glaube, meine Meinung, also ob es jetzt mit ihm ist oder mit halt Kelly Jones als Frau, in der, die ja dann auch so eine prominente Rolle spielt. Ich meine, da war jetzt wieder so mein Ding, ich wusste jetzt nicht, ob es stimmt oder nicht, aber dann dachte ich mir auch so, wäre krass, wenn es stimmen würde, weil das wäre schon sehr fortschrittlich in dem Sinne. Ich glaube wirklich, bei so Filmen, die wirklich einen ernsteren Anspruch haben und die zum Teil auch einen dokumentarischen Anspruch haben, ich glaube, da fände ich es schon gut, wenn man es realitätsnah casten würde. Weil wenn man wirklich diesen dokumentarischen Anspruch hat, dann, ja, dann sollte man dann eben auch zeigen. Und ich finde, wie gesagt, das meinte ja auch gerade einer von euch, das bildet dann eben genau ab, wie es auch damals war, ne, zum Beispiel, dass eben halt überwiegend nur weiße Menschen halt jetzt höhere Machtpositionen auch zum Beispiel hatten. Aber wie gesagt, jetzt bei sowas wie dem hier oder bei Bridgerton, weil bei Bridgerton, ich meine, es ist auch in einem historischen Setting, aber da merkt man irgendwie auch, es ist so ein bisschen mehr, da ist nicht die Historie wirklich im Vordergrund, sondern mehr so dieses ganze, diese ganze Love Story, ne. da finde ich es wieder in Ordnung und ja, hier mit dem Film ist es halt wirklich schwierig, weil, ne, ich finde, er hat einfach manchmal, in manchen Momenten hat er zu viel Ernsthaftigkeit drin und zu sehr so realistische Aspekte drin. Ja, da bin ich so, da bei dem bin ich hin und her gerissen. Weiß ich nicht. Es ist okay, würde ich sagen. Ja. Genau, ich glaube, da wäre es okay gewesen, wenn es einfach nur Scarlett Johansson als Frau gewesen wäre, aber eben dieser komische Humor dann ein bisschen raus. Das ist eben mein Grundproblem mit dem Film. Und ich möchte hier kurz den Film Hidden Figures bewerben dann. Da geht es um drei schwarze Frauen, die bei der NASA gearbeitet haben und auch ganz viel, also es ist auch eine wahre Geschichte und da geht es eben um diese Randgruppen, die da aber ganz viel zu den NASA-Werken beigetragen haben. Also wer sich da in eine eher realistische Richtung informieren möchte, dem eben dieser Film Hidden Figures dann als Hinweis. Der ist gut, der ist wirklich gut. Okay. Im Gegensatz zu diesem Film. Ja, ich bin noch nicht beim Fazit. Eine Frage habe ich nämlich noch. Also ihr könnt jetzt aufzählen, Darius Wolski ist halt der P.O.D. der Kameramann. Der hat ja schon einen Namen, aber ich will jetzt nicht eingehen, warum, wieso. Einfach nur, wie hat euch der Look des Filmes gefallen? Irgendwas Besonderes? Den fand ich gut und wie wir schon besprochen hatten, also das ist dieser, der hat visuell echt richtig geile Ideen, was wirklich richtig cool aussah, was auch in den anderen, in den Actionfilmen oder in den Thriller oder meinetwegen auch ein Drama auch funktioniert hätte alleine. Also visuell kann ich dem nichts vorwerfen. Ich fand den auch visuell eigentlich wirklich schön. Also der hatte auch richtig tolle Shots drin und auch immer wieder, weil es eben ein Film ist, der über, wo es um den Mond geht, irgendwie auch immer wieder immer diese Richtung zum Himmel und sowas. Das fand ich eigentlich sehr gelungen. Und nebenbei fand ich auch irgendwie die Farbauswahl sehr schön. und ich fand Kostüm und Maske auch sehr gelungen. Also so von diesen künstlerischen Aspekten her fand ich den eigentlich ganz, ganz toll. Ja, also von der Inszenierung her macht der nicht so viele große Sprünge, bis auf eben so ein paar Raumschiffeinstellungen. Da hätte man vielleicht aus Marketing-Sicht noch, könnte man noch mehr rumspielen können. Aber da wäre es vielleicht noch mehr, noch mehr Mischung gewesen an Sachen, die der Film dann macht. Was ich auch noch, was wir noch gar nicht gesagt haben, ich fand den Film auch, der ist ja wahnsinnig lang gefühlt. Also viele Filme, hier, der ist ja zwei Stunden, elf Minuten oder sowas, irgendwas um den Dreh lang oder zwei Stunden, 20, weiß ich nicht. Das ist ja oft der neue Standard teilweise. Aber dadurch, dass wir schon das Gefühl hatten und schon besprochen haben, dass man da viel hätte einfach rausnehmen können, kam der mir eben nochmal länger vor. Also diese Länge, die habe ich wirklich gemerkt während des Films. Eindeutig. Also da hätte man, wir haben ja gesagt, was raus muss. Vielleicht gibt es dann nochmal einen Telestandpisch-Cut. Zwei Drittel raus. Von vielen Filmen, Telestandpisch-Cut. Da habt ihr ja gleich gute Filme. Also wenn ihr jetzt nichts mehr habt zum Film, würde ich sogar zum Fazit drüber springen. Wir könnten noch kurz, ich möchte hier noch kurz Jim Rash erwähnen, der hier diesen Regisseur spielt, den kennt man aus Community, der spielt den Dean. Da spielt er eigentlich fast eine ähnliche Rolle und eine Community passt das total gut. Und hier war es mir wieder schon fast so überzeichnet, weil du eben in so eine übertriebene Komödie passt das gut so eine Rolle. Aber in Ernstes Drama passt es halt gar nicht rein. Und da, der war für mich als Figur so stellvertretend für, da merkt man, dass es nur zu einem Teil des Films passt und zu anderen eben nicht. Du hast ja die eine Szene auch ganz genau, auch kurz vorm Schluss, wenn sie dann da sitzen und gerade seine Figur und die Figur von Woody Harrelson sitzen nebeneinander und da clasherst ja richtig, weil er so ein bisschen aufgedreht eigentlich die ganze Zeit ist und da muss selbst die Figur sagen, jetzt aber irgendwie mal Ruhe oder er nervt mich so. Wo ich mir denke, ja, aber ihr habt zwei Figuren geschrieben, die einfach nicht in den gleichen Film dann passen, wie sie sich behandeln so gegenseitig. Aber ich fand ihn lustig. Ich muss sagen, ich fand ihn als Figur, als Regisseur halt, fand ich ihn richtig funny. Ja, ich mag ihn auch. Ich finde ihn einfach sympathisch, weil ich auch Community gegenüber so viel Sympathie entgegenbringe. Aber hier in dem Teil, der dramatisch war, habe ich mich aufgeregt über die Rolle, weil es so, ja, okay, da ist es ein bisschen nervig, da ist es lustig, da ist es nervig. Da war ich so hin und hergerissen. Das hat mir ein bisschen leid. Oder kennt ihr, das ist auch ein Dastell, ein Beispiel Ray Romano. Kanntet ihr den vorher schon? Ich glaube nicht. Da, hier gab es eine Serie, auch eine Sitcom, alle lieben Raymond. Ah. Und das war auch so ein bisschen mit überkreuzt, mit King of Queens war es, glaube ich sogar. Ich glaube, er spielt mit jemandem auf einmal Golf oder so. Ich glaube, das war mit King of Queens. Und er ist eigentlich auch nur, ich kenne ihn auch nur als Comedian halt, jetzt durch Sitcoms oder lustige Sachen. Und die Rolle ist hier auch jetzt nicht durchgehend lustig. Der hat ja auch ein bisschen Tragik. Und da habe ich auch gedacht, oh Leute, da beißt sich schon wieder irgendwas. Mach doch irgendwie, ich will den nicht in der tragischen Rolle sehen. Das ist der beste Kumpel hier von Cole, der Henry Small. Ah. Mit der Familie, der auch. Ah. Ach so, ja. Ach krass, stimmt. Daher kenne ich den. Oh Mann, ist der alt geworden. Oh Gott, die Zeit. So Leute, jetzt aber. Jetzt Fazit. Jetzt Fazit. Bin bereit. Dann sage ich einfach mal, Melanie, du fängst an. Ui. Ich würde sagen, das ist ein ganz okayer Film. Und ich, ja, also das, was mich wirklich am meisten gestört hat, ist halt einfach dieser Genre-Mix, den ich halt zum Teil nicht sehr gelungen fand. Ich finde einfach, der Film weiß nicht ganz, was er sein will. und es fühlt sich ganz oft an, als ob halt zwei oder vielleicht sogar drei Filme in diesem einen Film schlummern. Und das ist für mich auf jeden jeden Fall der größte Kritikpunkt. Ansonsten, ähm, ja, ist der zum Teil noch schon lustig, hat so eine ganz okaye Romance. Also man kann ihn schon sehen, aber vielleicht muss man jetzt nicht unbedingt ins Kino für den. Vielleicht reicht das auch. Ich denke mal, der wird ja auf Apple TV landen. Vielleicht reicht das auch, den da zu gucken. Soll ich weitermachen? Gerne doch. Ja, also ähnlich wie Melli, ich finde, der ist zu gemixt. Und dafür ist er auch zu lang. Der hat tolle Bilder, die man auch im Kino gucken kann. Aber dieser Rom-Pom-Komödien-Drama-Aspekt, der reicht auch vollkommen im Stream. Mich hat auch echt Channing Tatum total gestört, weil ich den eigentlich gerne mag, wie gesagt. Und Scarlett Johansson, die dreht hier voll auf. Die darf sich ja ausleben, die darf Quatsch machen, das funktioniert gut. Der guckt man gerne zu, die ist ja auch total sympathisch. Aber Channing Tatum ist irgendwie, auch die T-Shirts, die er trägt, alle haben weiße Hemden und er hat aber ohne erklärbaren Grund immer diese bunten Hemden und dann ist er die ganze Zeit so bierernst, hat nur so ein, ist so ganz der hat überhaupt keine Emotionen gefühlt in dem Film und das ließ sich für mich auch nicht mit der Figur erklären. Irgendwie war das ganz wirr für mich und deswegen hat auch dieser Rom-Kom-Aspekt da die Chemie nicht funktioniert zwischen den beiden. Und wie du, Sero, gesagt hast, du hast es für mich perfekt zusammengefasst, hätte man den Dramen-Aspekt ein bisschen runtergeschraubt und die Rom-Kom ganz rausgeschnitten und es wäre so eine Workplace-Comedy gewesen mit eben tollen visuellen Bildern und eben, dass man noch ein kleines bisschen diese Thematik mit Fake News so ein bisschen abfängt, dann hätte ich den Film auf jeden Fall empfohlen und so, der ist auf jeden Fall handwerklich gut gemacht, kann kurzweilig sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein geiler Film ist, richtig scheiße ist der auch nicht, aber es ist halt ein Mittelding und deswegen weiß ich nicht, ob ich hier eine absolute Empfehlung aussprechen würde. Ist euch eigentlich auch aufgefallen, dass Turning Tatum auch wirklich immer denselben Pullover anhatte, so ab irgendeiner gewissen Zeit nur in anderen Farben? Mhm. Das war ... Ja, oder manchmal ist es wirklich derselbe auch. Also es ist das Gefühl, als hätte er in ganz vielen Szenen, als hätte der Ausstatter nichts mehr für ihn gehabt in seiner Größe und dann gesagt, ja okay, jetzt trägst du den halt noch mal in der Szene. Das ist ja auch okay, weil Menschen tragen nun mal oft die gleichen Sachen, aber es war so irritierend, weil ich das aus Filmen nicht kenne, habe ich das ein bisschen rausgebracht. Ja, ich war auch nicht so ganz sicher. Ich dachte so, okay, cool, irgendwie so ein Realismusaspekt drin, mal wieder, ne? Aber dann andererseits wieder so, okay, jetzt sehen wir wieder denselben Pullover, wirklich komplett gleich, nur mit einer anderen Farbe. Naja. Ich habe für euch jetzt sogar noch was, wo ihr noch mehr trauen könnt, weil mein Fazit ist so ähnlich wirklich wie euers. Also ich finde ihn vielleicht noch ein müh besser. Ich sage, er hat ja seine beschwingten, wie ich es genannt habe, viel guten Momente. Da finde ich ihn richtig gut und dann macht er mir auch richtig Spaß. Ich habe, ich will ja nicht lügen, ich habe auch ordentlich gelacht, wie glaube ich, alle Leute neben mir auch im Primo. Der hat schon gute Dinger. Gerade das mit der Katze ist schon lustig. Aber in den anderen Dingern, wie Schlager schon gesagt hat, funktioniert er halt nicht. Im Drama nicht, in der RomCon nicht zu 100 Prozent. Und das Traurige daran ist wirklich, Shannon Tatum ist Ersatz gewesen, weil eigentlich wollte Apple wieder zusammenführen, Chris Evans und Scarlett Johansson. Ach, stimmt, ja. Und das ist schon der zweite Versuch, der gescheitert ist. Der erste Versuch, wo der Film auch ordentlich gescheitert ist, ist nämlich Ghosted. Da konnte Scarlett Johansson dann aus terminlichen Gründen nicht. Und wir wissen ja, dass der Film auch nicht so geil ist. Ja, wenn der im Streaming kommt, Leute, guckt euch den an. Oder wenn es euch draußen zu heiß wird, könnt ihr da auch für ins Kino gehen. Da habt ihr wenigstens zwei Stunden schöne Kühlung und habt ein paar gute Lacher. Aber es gibt deutlich bessere Rom-Coms gerade, wie vorhin schon erwähnt. A Killer Romance läuft gerade, ist die deutlich bessere Rom-Com. Wo die Liebe hinfällt, fängt jetzt demnächst bei Netflix an. Könnt ihr euch den dann auch reinziehen. Wo die Lüge hinfällt, genau. Wo die Lüge. Ich hab mir noch gar falsch aufgeschrieben, weil Love is in the air. Oder wer auf Workplace-Dinger steht, ja, Frosted, Painkiller, alles Mögliche da, macht das in die Richtung auch deutlich besser. Ja, ich bin eigentlich durch. Ich bleib nur noch zu sagen, wenn ihr mehr von uns hören wollt, könnt ihr einfach auf www.der-stammtisch.de gehen. Da gibt's viele, viele weitere richtig coole Cast mit richtig coolen Leuten. Zwar nicht so cool wie wir drei, aber auch sehr cool und angenehm. Hin und wieder auch mal das einrunde Nette Gewinnspiel. Ansonsten könnt ihr uns überall unterstützen und liken und kommentieren, wo es Likes gibt. Da sind wir überall vorhanden. Und wir haben auch einen Discord-Channel. Da könnt ihr natürlich auch Mitglied werden. Da könnt ihr mit uns ein bisschen interagieren, ein bisschen schreiben. Da ist auch viel Dönsken meistens dabei, aber auch viele, viele interessante Themen und guter Austausch. Ja, ich sag jetzt schon mal Tschüss. Die letzten Worte bleiben euch beiden und ich würde einfach mal übergeben, wer von euch will loslegen, ich sag tschau. Tschau. Äh, der macht. Ach so, tschau. Okay, dann hänge ich mich hinten dran und sage tschau, bis zur nächsten Besprechung und wir sehen uns auf dem Mond. Oder auch nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus 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 Applaus